moin ja ich hoffe der wind zerfetzt nicht all meine worte ist ein bisschen windig hier ich hoffe es geht ansonsten entschuldige ich mich dafür hier ich bin heute mal wieder mit dem rad unterwegs machen eine kleine tour der rund um leipzig durch den kohleabbau seiner zeit viele viele künstliche sehen und das ist das ist wirklich schön darum zu fahren hier bin ich stürmthaler sehe jetzt der markt lehberger see ist gleich nebenan kost pudener see ist nicht weit entfernt und da ziehe ich gerne meine schleifen heute geht es um markt lehberger see stürmthaler da fehlt man dann wieder ein in dem markt lehberger see und dann wieder durch die stadt zurück dann sind das nicht ganz 60 kilometer bis nach hause immer eine schöne tour und weil ja die sonne heute schon so lachte dachte ich mir kommen dann nimmst du die kamera gleich mit machst noch einen kleinen opener führen edc video und dann werde ich jetzt mir irgendwie ein spot suchen wo ich euch mein ja edc kram aktuell zeige und dann melde ich mich gleich wieder nahtloser übergang und zack neue perspektive womit fange ich an smartphone heute mit dabei hatte neulich einen plattfuß da kam ich doch deutlich später dann wieder nach hause das fand meine liebste nicht ganz so cool die hat sich sorgen gemacht und konnte ich gut nachvollziehen daher wenn die touren jetzt ja ein bisschen größer sind also dass man wirklich ein paar stunden unterwegs ist smartphone mit dabei damit man mal durch klingeln kann dann mein wallet damit man auf dem rückweg irgendwo noch ein brötchen oder ein als lampe habe ich aktuell die sofern sc 29 am start die läuft glaube ich mit dem 21 700er akku hat glaube ich 3000 lumen im höchsten mode recht recht bullig ist noch okay für die hosentasche aber eigentlich mir ein bisschen bisschen zu viel wir haben halt keine heckschalter bedienung sondern seitlicher klicker dadurch der lampenkopf gerade bei einer 21 700er dann doch schon nicht ohne so von den ganzen dimensionen da habe ich die die hat die sc 32 die ich mal extra mit eingepackt halt nicht am mann die lag jetzt mit in der fahrradtasche aber so zum größenvergleich die läuft mir eine 18 650 also mit 18 650 akku stecke ich mir deutlich lieber in die hosentasche aber für für die jackentasche oder für den rucksack ist das schon ist das schon feines modell die so für sc 29 generell macht man mit denen nichts verkehrt und die sc 32 seit ich diese lampe habe ist das meine empfehlung wenn man ein bisschen mehr licht brauche einfachen japan super teil dann mein schlüsselbund mit dabei das alles mögliche dran außer den schlüssel natürlichen multitool crema tour in victorinoff rambler mit der die kasten titan scale tornado signal pfeife edelstahl rovi von a2 ist das super schlüsselbund und backup lampe dass der der schlüsselbund und dann pen der bürger kaliber 50 pen aus aluminium ja seit vielen vielen jahren dabei jetzt ich weiß gar nicht wie lange wirklich wirklich lang möchte ich nicht missen super stift wie ich finde an messer technisch habe ich das victorinox kompakt mit dabei immer ein treuer begleiter und super super werkzeug an victorinox führt einfach kein weg dran vorbei und dann sind wir fast schon durch ich habe noch mein mp3 meinen alten sony mp3 player mit am start und ein bisschen mucke zu hören nicht weg fliegen der jetzt auch schon aspach uralt aber macht immer noch einen tollen tollen dienst und messer technisch da gehen auch die besten grüße raus an den fitz an den hugin munin elmar heavy duty eagle ein genialer ein genialer stachel ganz ganz tolles messer das so die sachen die ich am start habe und ganz wichtig auf dem weg her schon gekauft noch eine noch eine zimtschnecke schließlich ja verbrenne ich jetzt kalorien die müssen auch schnell wieder rein damit der motor am laufen ist ja und bevor ich noch mehr blödsinn aber das war's edc update ich glaube ich habe habe nichts vergessen taschentücher habe ich sonst natürlich noch mit dabei handschuhe etc aber damit will ich euch jetzt nicht langweilen das so mein edc dann wünsche ich euch ein schönes wochenende bleibt geschmeidig nutzt die sonne aus wenn ihr welche habt und es euch erlaubt ist ja die zeit so hat so zu verbringen so auszufüllen wie ihr es mögt und ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund peace ich bin raus